Oh Gott Gesundheit Prost Noch nicht so schnell hier Kann doch nicht so schnell Ich benutze ihn hier langsam Ah Böder wird gleich runter gesprungen Ich jump da gleich so runter ne Pass mal auf Ach das ist dies hier Ihr müsst erst die Priester killen die auf den zaubern Ihr müsst den Bann brechen In der Beta Da hat die Zauberin ein Zauber gemacht Da war alles tot direkt Naja Weißt du noch? Ich will den Zauber haben Kristallet noch Er ist die Seite noch ne Oh ich hab sogar mit Plus 4 Intelligenz Das ist ich ebenso Das war einer Wieso folgt der mir Der will seine Equipment haben Warum rät denn dann hinterher? Fühlt sich verfolgt ne Ja Stoker Oh shit ey Oh shit ey Where did die Spreng Die Kultisten haben sich an dieser glühenden Grube vorbeigezerrt Sieht aus als würde euer Fröger Labern nicht, hol dein Equipment Komm Hier geht die Party ab Mach dir mal die Küssel auf ne Das ist kein Problem Wissen wir hierher? Ich weiß nicht wohin Ja irgendwo hier Oh mein Gott Oh der so floppt sie in der Bau ne Er scheuert einmal rein und alles tot Ja Boah dieser alte Angst dass ich den Wegpunkt nicht hab Im Gerbertsverein Weil trotzdem noch da Diesmal reicht aber wirklich wenn einer nur drauf geht Oh da hinten baut sie was zusammen Hohohoho Ist das geil ey Ui was war das? Ja die kommen mir immer aus den Wänden Oh die reden auf den Fett Ich will da meine Wut verwenden Ah ich mag zerfleischen nicht und dann wollen wir schon gut Hau mal der Uhr an Perfekt Oh da bin ich noch mal der D-Street Oh da bin ich noch mal der D-Street Oh da bin ich noch mal der D-Street Oh da steht irgendwas lustiger Oh da steht irgendwas lustiger Mein Gott ich bin da gar nicht durch Ähh wir spawnen Oh komm mal her Frisst du Fiech Hallo der Zerstörer Ne er wurde zerstört Oh Adlerkugel des Bären Das ist gut Das hat schon nicht Ja das ist definitiv für die Zauberin Ich hab wieder Armschienen bekommen Magische Quelle Erhöht den Radius in dem Gold und Heilkugeln aufgesammelt werden Wartet mal kurz Muss er mal kurz hier Werte Veränderung plus 20 Leben Hat sich gut an Waffe war da doch ne Adlerkugel Ne es ist keine Das ist jetzt keine Waffe Das ist irgendwie Ja guck mal her die Havert auch so mit der Hand Das ist wie die Nebenhand Jaja Schaden plus und Vitalität gibt plus Aber halt äh Schutz geht runter Na das ist es halt Na gut ne Bin eh nicht die Nahkämpferin ne Ach so wild Na ja obwohl du bist so ein Stoffi Die fristen ziemlich gut Oh da ist er Yonda Lass mal ein frieren Lass mal klatschen Ne Du glaubst ihn loslassen Oh 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 Dauber Bitte vergeben mir Jetzt erst sticht er den Mein Bläder von der Größe Das dunklen Zirkels getrübt Verrat kann nicht vergeben werden Genau Ingete Voll daneben gestorben Regenerative Leder aus So hab ich gefunden Einfache Hand am Brust des Verbundens Wenn wir die heiligen Schriften Danke Der hätte noch weiter gelabert Und nie das Ding kaputt gemacht Aber er muss es kaputt machen Wer Der der Spack oder Der kommt ja jetzt auch nicht mehr mit uns mit Nur wenn du alleine spielst Kannst du die anheuern Ja wo seid ihr schon wieder Weiter gegangen Ja ja wartet mal Ja Ja So ein paar Viecher noch vermogen Wie die laufen mit den Armen in meine Luft ne Äh Party machen Oh Gott Wir werden weg Scheuser Oh ich will wieder Bishi Bosch und Rakanescho Rakanescho Bishi Bosch Irgendwer rennt hier doch schon wieder vor Irgendwer rennt hier doch schon wieder vor Immer einer hier und der vorlässt Ne 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 so geht das nicht Von den zweiten Akt sehen Nicknack Typ Hallo Ja wirklich so an oder? Put your hands up in the air like you just don't care Hier sind noch Viecher Mensch Mach die tot Runter hoch Moment Hier ist noch ne Tür Wir kommen gleich zurück Immer dieser Stress hier Hey sein wir da Ja mein Gott ey was Komm mal Der Ernte Pfff Pfff Ohi Guck mal der ist noch runter gefallen Hehehehe Oho Genickbruch Knickknack Knickknack Ohjeh Cool Ach die Säcke mit den Schein Ja ja die blocken Ohja jetzt geht er ab Was geht er ab? Boah Der ist gesessen ey Okay Bleibst du stehen? Bleibst du stehen? Oh Kurzstab ist gut Ist gut Toll Ich bin fast so schnell wie du Mal rüber Ich bin fast so schnell wie du Nichts Das kann ich denn nicht mehr sehen Ne Hey ey was 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 wie kommt zurück Hier soll Vorlesen Tofu 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 4 Uhr, Abel. Oh, krass, Mann. Macht habe ich. Sperre der Uhr an. Ach ja, das war das, genau. Mal kurz testen. Hallo. Oh, für Spalten habe ich Eruption. Nice. Macht was? Was ist hier los mit euch? Vermockt hat sich mal. Gegner explodieren. Das geht noch nicht. Dann geht es hier. Puh. Krasse. Ja, ja. Oh, Level-Abgleich. Wir waren mal schon. Mum, ka, mum, ka, bum. Komm her. Jawohl. Die wird explodiert. Spalten schon, wenn ja. Explosive Blister. Ho, 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 ho. So, Moment. Mal eine Runde gucken hier. Druckwender. Kannst nicht so einen kleinen Daun. Der hat dir nichts getan. Der wollte wegrennen. Der wollte mich angreifen. Der wollte mich angreifen. Selbstverteidigung. Ja. Wie bei Softball. Er kommt direkt auf uns zu. Ne, ich lasse das erstmal so. Hier oben ist irgendwie gar nichts. Moment, wartet noch. Warte, hier der andere Raum. Äh, hier ist's. So. Ich hole mal Guckville. Jawohl. Das ist das. Ich glaube, das ist das. Oh, ja, gestorben sind wir da, die Viecher, ey. Achtung. Boom. Was ist das? Ja, das ist das. Falsch angezogen. Shit. Mein Gott, sind wir viele. Tötet die die Zubau. Meine Blitze explodieren jetzt. Geht auf die Grabwächter. Ach, shit, hab das Ding aufgehoben. Egal. Kurz bevor die Sterne burbeln, ne, da war. Soll gesund sein, aber so. Ja, ja. Boah. Oh. Prost. Wo seid ihr denn? Weggelaufen. Lauf mal weg vor dir. Das ist auch noch was. Ah, hier sind so viele Viecher. Ich sterbe. Oh mein Gott, hier kommen da die Fensterbögen wo, oder wat. Was ist denn hier, hier ist so riesengroße Dingens-Ebene. Geht's hier weiter? Sackgasse. 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 Alle Seiten können wir. Bööö. Ich seh auch nix. Bücherregal. Neilsfang. Schriftrolle. Puh. Wie die Wegfilzen, wie die sterben, explodieren die Blitzer nochmal. Weil sonst ist hier nur nichts. Ne. Niet. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus der Westmacht und so mache Mauer gut. Aus Angst gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu. Hallo. Ich hab grad das Fenster da hochgekommen, was er da sein soll. Boah ey. Es ist schon genial, wenn er überhaupt mal so fetzt, ey. Oh mein Gott. Er redet doch nicht mal so weit vor. Ich hab hier nur Tote, Mama. Nur Tote. Ah, wieder ein Buch. Ich hab hier nur noch so, als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten. Verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer. Durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Dün, dün, dün. Bücherregal. Nix gefunden. Mauer. Stirbmauer. Warte mal was kaputt machen. Klar. Ja. Warum hat der Micha ein Krönchen? Nee, du hast das Krönchen jetzt neben dir. Ich mein Krönchen? Ja. Puppenleder. Hab ich doch herabgegeben, als ich neu gestanden war. Putzig. Schöne Krönchen bekommen. Wusch mein Krönchen? Oh Gott, komm mal zurück. Ah. Kaboom. Toll. Super, das Schattin wird mein Sprung gesendet. Hehehe. 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 Hehehe.